Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, begrüße Sie auch Gelsenkirchen zum vierten Achtelfinale nach dem Sieg der Niederländer über Norwegen. Sehen wir jetzt also das Spiel, das den Gegner bestimmen wird, der im Volksparkstadion dann im Viertelfinale gegen die Oranje ran muss. Die Ausstellung beider Mannschaften bleibt Israel mit ein paar Umstellungen, was das Mittelfeld, die Ausstellung der beiden Kohlens, betrifft. Das ist eine riesengroße Überraschung, dass diese Mannschaft aus Israel diese Runde der besten 16 erreicht hat. Für Sie ist sicherlich eine Sache, mit der Sie selber überhaupt nicht gerechnet haben, mit Deutschland und Irland in der Gruppe. Aber durch diese hauchdünne Entscheidung sind Sie in das achten Finale gekommen. Wir hören die Nationalhymne Portugals. Und nun die Nationalhymne Israels. Die Nationalhymne Israels An ihnen liegt es heute, die Überraschung fortzuführen. Aber gegen die Mannschaft der Portugiesen wird das eine sehr schwierige Sache werden. Portugal, großer Favorit hier in Gelsenkirchen. Israel spielt die Rolle der kleinen Mannschaft, die jetzt überraschen kann, die dann im Playoff spielen. Sollten sie dieses Spiel ja erwartet verlieren. Almeida erste Chance für Portugais. Sollten sie dieses Spiel verlieren, spielen sie dann ja im Playoff gegen die Norweger um den Platz in Südafrika. Israel hat also eine riesengroße Chance. Die Frage ist, ob sie die nutzen können. Miguel Veloso. Auf Cristiano Ronaldo. Zu lange spielt der Ball. Den hat Cristiano Ronaldo noch, weil er gegen die Eckfahne prallt. Hätte man mehr draus machen können. Jao Pereira. Weiter Einwurf. Almeida. Tor für Portugal. Und das war geschickt gemacht. Von Hugo Almeida. Weiter Einwurf. Von Jao Pereira. Portugal führt nach vier Minuten. Hier nochmal. Weiter Einwurf. Nani. Der war viel zu weit für ihn. Und Hugo Almeida haut das Ding ja ins Tor von Awarte. 1 zu 0 für Portugal. Und damit geht es bei den Portugiesen deutlich schneller als bei den Spaniern. Die bei ihren Spielen erst einmal sehr lange gebraucht haben. Mal ausgenommen mit dem Spiel gegen die Schweiz. Spanien muss ja im letzten Achtelfinale in Hamburg ran gegen die Griechen. Nani. Fehler von Israel. Wieder Hugo Almeida. Hat schon zweimal getroffen. Bei diesem Turnier. Beide mal übrigens zum 1 zu 0. Portugal ja in diesen ersten drei Spielen nur mit 1 zu 0 Ergebnissen. Dafür noch ohne Gegentor. Und mit einer durchschnittlichen Toreanzahl von einem Tor pro Spiel. Nani. Miguel Veloso. Flanke. Und da ist Cristiano Ronaldo über das Tor von Awarte. Israel bislang noch ohne große Aktion. Wie erwartet, muss man dazu sagen. Das wird für sie ein hartes Spiel. Denn sie müssen aufpassen, nicht allzu viel zuzulassen für die Portugiesen. Denn die werden sicherlich gerade die Fehler, die Schwäche Israels ausnutzen. Sie sind ja nicht die stärkste Mannschaft Israel. Das haben sie zwar in der Vorrunde nicht so oft gezeigt. Haben einen sehr guten Eindruck gezeigt. Sind aber natürlich diesen starken Mannschaften dann doch unterlegen. Für sie sicherlich das große Ziel, sich für Südafrika zu qualifizieren. Und das können sie mit einem Sieg im Playoff gegen die Norweger. Aber bis dahin sind es ja noch 70 Minuten. Und warum nicht eine riesengroße Überraschung, wenn Portugal dieses Turnier verlassen müsste. Cristiano Ronaldo mit viel Platz. Abgefälschte Flanke. Glück für Israel. Geklärt. Und Pepe mit dem Feder. Holt sich den Ball zurück. Bader stört da mal Moutinho ein bisschen beim Spielaufbau. Napp Goatis einsteigen. Wird als regelkonform gesehen. Wermut. Zwei Treffer gegen Nordirland. Die waren es, die am Ende Israel ins Achtelfinale gebracht haben. Mit drei Punkten. Eine Leistung, die zwar nicht unbedingt sehr stark ist, aber einzigartig. Denn so oft kommt eine Mannschaft mit drei Punkten nicht ins Achtelfinale. Da muss schon eine sehr besondere Situation vorliegen, dass das passiert. Pepe. Erneute Balloberung gegen Bader. Moutinho. Auf Cristiano Ronaldo. Almeida stark gespielt von Cristiano Ronaldo. Flanke. Israel erklärt. Erneut dieser lange Ball auf Bader. Jetzt hat er ihn mal. Pass auf Schächter. Ballverlust. Spieler vor Portugal. Israel noch ohne Schuss in diesem Spiel. Jau Pereira. Cristiano Ronaldo. Ben Dayan. Klärt zur Ecke. Moutinho. Awate. Stark gemacht vom israelischen Keeper. Pepe vor Benayun. Natko. Benayun. Und wieder die Balleroberung von Portugal. Nani. Hart attackiert von Natko. Aber beigespielt. Jau Pereira. Kajal grätscht da von hinten rein. Das ist gelb. Das ist rot. Und Kajal wird des Platzes verwiesen. Der da von hinten in Bruno Alves rein grätscht. Und das wird mit Ruck bestraft. Finde ich angemessen. Aber etwas hart im Vergleich zu anderen Fouls. Die durchaus die gleiche Brutalität hatten. Also Israel nur noch zu 10. Das macht die Aufgabe für sie erheblich schwerer. Benayun. War attackiert. Freistoß. Für Israel. Ben Dayan. Er hat die Vorlage geschlagen. Die Israel am Ende ins Achtelfinale brachte. Gegen Deutschland. Benayun. Bahda. Jetzt mal etwas Spielaufbau von Israel. Über Ben Dayan. Über Benayun. Benayun stark. Und das ist Bahda. Mit der Chance für Israel. Rui Patricio. Beste Chance für Israel in diesem Spiel. Durch Bahda. Flanke von Yossi Benayun. Contrao. Der Gegenseite. Kann lange den Ball behalten. Kaum attackiert. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Und immer noch am Ballbesitz. Miguel Veloso. Ronaldo. Ronaldo. Bondar. Flanke. Nadco. Mit Bahda. Schneller Anlauf. Von Israel. Links läuft Benayun. Wieder. Über Benayun. Schächter. Ballverdust. Holt sich aber Benayun zurück. Wermut. Viel Platz. Für Wermut. Und. erneut Portugal dazwischen. Jetzt bleibt es um. Portugal mit dem obligatorischen Minimalistenergebnis. 1 zu 0. Die klar bessere Mannschaft wird deutlich, wenn man sich die Schüsse anguckt. 0 für Israel. Kein Schuss. Kein Torschuss. Das Tor. Durch Hugo Almeida. In der 5. Minute. Israel zu 10. Also vieles, was wir hier erlebt haben im 4. Achtelfinale. Und es scheint eine Neuauflage des Duells Portugal gegen die Niederlande zu geben. Das gab es 2006. Und da gab es vier Platzverweise. Zwei für jede Mannschaft. Vorher gibt es die zweite Halbzeit. Wir geben kurz ab. Melden uns dann wieder in 15 Minuten zu den zweiten 45 Minuten dieses Spiels Portugal gegen Israel. Bis dann.